Die Rund ist auch nicht verhaut, die Wiederholung. Und jetzt kann man es nochmal ganz deutlich sehen, bei diesem Freistoß hat der Keeper kaum eine Chance. Eine wirklich schöne Aktion, da konnte der Schütze seine Qualitäten unter Beweis stellen. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie.